Ich bin Paulina Ruszynski und das ist Sing On. Das krasseste Karaoke-Battle auf diesem Planeten. Es stehen fünf Songs zwischen euch und dem Jackpot von bis zu 30.000 Euro. Freunde, ich kann euch eins sagen, heute wird es heiß. Das liegt nicht nur an mir. Jeder getroffene Ton bringt Kohle, die am Ende aber nur unser Gewinner einsackt. Die Person unter euch, die am wenigsten Töne trifft, ist direkt raus. Kreischalarm in drei, zwei, eins. M-Schweif und J-I-M-Komm, zweitens M-Schweif, zweitens M-G-Battle auf dem Lied. Nur auf dem Lied. Oh, seid ihr bereit? Wahnsinn! Song ab und sing on. Untertitelung des ZDF für funk, 2017